Willkommen zu einem Video von mir, wo ich 2020 bin, ich bin ein Trash-Ros-Trio und hier losgeht. Unser Schatz glänzt wunderschön, nach Herzen wie ein Kuchen. Und ja, ich hoffe mal, diese Runde wird sehr spannend, wird nicht von sehr viel Face begleitet, wird episch spannend. Und so spannend, dass man nicht wegschalten kann und einfach nur ankommen und abonniert bitte meinen Kanal und teilt das Video mit eurem Freunden, damit sie nicht mehr sehen. Ich hab' ja auch keine Weisung, ob ich die Video verpasst. Okay, wir machen jetzt Eier oder Schlaft wieder? Ich frage nur, warum das Team nicht selbst auf die Idee kommt, den fucking Schatz einzubauen? Diese scheißroten Partikeln, ey. Wenn ich mal fragen dürfte, wieso graben die sich schon in die Mitte? Und wieso muss ich den Schatz immer alleine einbauen? Alles Fragen. Ja, helft mir. Ehrenvoll. Ehrenvoll. Von ihnen auf jeden Fall, mir zu helfen. Der Schatz hier schon zweischichtig eingebaut. Wir können ja auch noch mit einer dritten Schicht einbauen, wenn jemand mein Team dafür Bock hätte. Mit Wolle. Mit Wolle vielleicht. Bin wir schon dabei. Ähm, ja. Da fliegt ein Steve. Da fliegt ein Steve. Da fliegt ein Steve. Wie fliegt. Und warum ein Team schon wieder ausgeschaltet wurde. Was ich nicht bemerkt habe. Komm, wir bauen erst mit Wolle. Dann brauchst du doch lieber mit Toll sein. Das ist schon sicher genug für diese kleine Runde, finde ich. Ich ziehe es auf jeden Fall in den Kampf und tue vielleicht nochmal. Der ist halt sehr schattlich und sicher genug, glaube ich. Ich versuche auf jeden Fall erst mal gegen das blaue Team etwas anzukommen. Ähm. Hat er? Ja. Komm doch. Ach so, die macht einen anderen Tag. Okay. Okay, okay. Dann folgen wir der Taktik von denen doch gleich. Okay, komm. Okay, das war zwar nicht der Plan. Ja, jetzt weiß ich, mein Team kümmern sich um mich. Nein, von hinten kommt jemand, Achtung! Also wir sind gleich im Showdown wieder, wir sind gleich wieder im Showdown. Wenn das Team jetzt noch ausgeschaltet wird, sind wir im Showdown. Ja, da stehen zwei kleine Stiefs und der riesige Stief liegt da immer noch. Ach, ich glaube, ich muss echt durchs Daten nach unten. Genau für eine Richtung. Oh! Ehre! Da kann ich nur zu sagen, Ehre. Ehre, danke, Ehre. Nein, 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 nein. Ein Applaus bei uns, ein Applaus bei uns. Äh, komm schon. Komm schon was. Von links aus anfangen zu knallen. Alter, komm, wir schaffen es locker. Links aus anfangen, den runter zu kriegen. Das irgendwie... Alter, komm, wir müssen es von links aus machen. Von links aus, irgendwie. Ja! Applaus, Tue, ich wurde auch zerstört. Gut, wenn der jetzt stirbt, ne? Alter, wir sind das einzige Team, welches Schatz noch steht. Ist mir grad aufgefallen. Ehrenvoll mal wieder. Auch wenn ich nicht weiß, wie viele von den Gegnern noch leben. Aber ich sie aus irgendeinem Grund ausschalten möchte. Und der so ehrenhaft worden und mir seine Schutz 1 Brustplatte gegeben hat, dann ja. Ehre von ihnen. Ehre. Ehre. Das ist ne Runde, wie ich sie haben möchte. Spannung, Drama, alles. Wir dürfen nur nicht den Satten Death bewundern, sonst kann alles möglich passieren. Dann gehen alle Schätze nämlich kaputt und das wollen wir ja nicht. Komm, wie viel sind das? 14. Was kann mit 14 Diamanten? Nix, glaube ich. Ich guck mal kurz, was man damit kann. Ich bin jetzt verdammt nochmal, ey. Mein Team ist mal wieder so schlecht drauf, finde ich. Kann man sich? Ja, erst mal ne Eisenrüstung geholt. Ich hab ihm meine Eisenrüstung gegönnt. Ehre auf jeden Fall. Dann werfe ich ihn einfach mal. Ah, ah, das war ein Gegner! Das war ein Gegner. Das war ein Gegner. Das war ein Gegner. Das war ein Gegner. Das ist mein Team. Na, zumindest werden wir die Rüstung zum Glück. Naja. Es sind jetzt 1, 2, 3, 6, sind noch da. Es sind noch 3 aus meinem Team und die restlichen 3 aus anderen Teams. Das hier. Und dann noch das hier. Und dann noch ein paar andere. Nein, ne. Oh, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Geil, Leute. Tschau, bis zum nächsten Mal.